Hallöchen, 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 Herzlich Willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Rapture. Ihr habt es gesehen, ich lade die Folgen immer zweimal hoch. Einmal als verstümmelte Version, die in Deutschland ansehbar ist. Und einmal als die Originalversion mit der Originalmusik, die leider in Deutschland gesperrt ist. Die man aber mit diversen Hilfsmittelchen, Proxy, Proxy, trotzdem ansehen kann. Unter jeder verstümmelten Folge ist die richtige Folge verlinkt. Dann könnt ihr die da angucken. Jetzt spielen wir erstmal weiter. Ähm, ja, wir waren hier. Wir gehen sehr langsam. Ich weiß gar nicht so genau, wo wir jetzt hin sollen. Wo ist denn Frank, unser Lichtchen? Gehen wir da zu dem Bauernhof? Können wir auch zu dieser Windmühle? Ich glaube, da hinten waren wir schon, oder? Wir gehen mal auf die Straße. Gehen wir mal auf die Straße. Da ist noch so ein... Hier sind überall diese verfallenen Lagerhäuser, oder wie auch immer man das nennen will. Diese Unterstände. Die kann ich ein bisschen lauter machen. Wenn man hier überhaupt irgendwas hört, außer mir gerade. Scheint keine Musik zu sein. Mal gucken, ob wir hier eine weitere Erinnerung finden. Oder waren wir hier schon? Oder sehen die einfach nur alle gleich aus? Ich bin sehr verunsichert. Wir waren auf jeden Fall schon mal bei so einem Ding, wo eine Leiter ist. Wir gehen auch wieder sehr langsam in diesen Gebäuden. Gehen wir irgendwie total langsam. Warum höre ich eigentlich nichts? Ich habe aufgelegt. Steven versteht es nicht. Selbst wenn er hier wäre, um es direkt zu erleben, würde er es nicht verstehen. Es muss einen Weg geben, das Signal zu konsolidieren. Ah ne, das kennen wir schon. Hier waren wir also. Entschuldigung, hier waren wir also schon. Deshalb hat das Radio auch, glaube ich, nicht mehr diese statischen Störungen von sich gegeben. Weil wir hier schon waren. Hier können wir noch lang. Ein bisschen durch den Wald. Sieht einfach so schön aus. Ich bin ja selbst so ein kleiner Waldphobiker. Weil ich diese, alles was da so kreucht und fleucht. Da kriege ich eine Gänsehaut. Ich mag so kleine Tiere nicht. Hier ist hier noch etwas umzäunt. Aber hier ist noch so ein Steinhaus. Ich hoffe, da waren wir nicht auch schon, dass wir jetzt hier erstmal fünf Minuten irgendwo langlaufen, wo wir schon waren. Sie wussten es. Wade hat mich etwa sechs Wochen danach angerufen, als er dachte, ich könnte die Wahrheit verkraften. Ich werde nie wieder gut machen können, was Sie getan haben. Sie war eine gute Frau, Frank. Die Beste. Kommen Sie doch wieder zur Kirche. In die Gemeinde. Man vermisst Sie. Ich hasse ihn, Pater. Ich kann nicht niederknien und etwas anderes heucheln. Und ich begreife wirklich nicht, wieso Sie ihn nicht auch hassen. Ich strenge mich an, es nicht zu tun, Frank. Passt nicht so ins Berufsbild. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wir müssen ihm vertrauen. Auch wenn uns seine Methoden verborgen bleiben. Vielleicht bis Sonntag. Wie ein kleiner Blumenstrauß. Frank hat Probleme, ich will nicht sagen mit Gott, aber ich glaube an Gott zu glauben, hat er leichte Probleme. Dann hat Jeremy gefragt, warum er nicht auch Gott hasst. Für alles, was geschehen ist, für alles, was passiert auf der Welt. Oder sogar direkt vor der Haustür in diesem Dorf. Es gibt hier so viele Wege, wo man langen kann. Das ist echt... Ich habe das Gefühl, so viel zu verpassen. Hier sind schon wieder Anomalien. Also diese kleinen Dinger, die uns, glaube ich, gleich zu einer Anomalie führen. Den gehen wir auch gleich nach. Ich schaue nochmal gerade hier. Aber bei dem Auto ist nichts. Ich habe es gehört. Wo ist es? Hier drin. Komm die Tür auf? Breaker, Breaker 9. Rufe auf 9. Hier ist Lost Cowboy. Ist sonst noch jemand da? Hallo? Breaker 1-9. Breaker Travelling Sherlock. Charlie, bist du da? Over. Hallo? Meine Familie. Meine Frau. Meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun. Verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Nein. Nein. Erzähl du nichts von Opfern, du rückwärts, du kleiner Arsch. Der blöden, dämlichen Mistkerne. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Boah. Mit dem Funkgerät können wir leider nicht interagieren. Du musst es tun. Jetzt. Das klingt überhaupt nicht gut. Es wird gespeichert. Das ist sehr schön. Da komme ich leider nicht rein. Was liegt hier auf diesem kleinen Steg? Ein Eimer. Ein umgedrehter Eimer. Hier ist eine Map. Können wir hier irgendwo hin? Ist alles eingezäunt. Könnten vielleicht gucken, ob wir von hinten in diesen Verschlag, in diese Hütte reinkommen. Aber ich glaube an den Heuballen, an diesen Heudingern kommen wir nicht. Aber hier können wir. Hier können wir weiter. Dann gehen wir mal hier weiter. Auf diesem Weg. Ich habe unser Guiding Light schon lange nicht mehr gesehen. Frank, der uns eigentlich hier führen sollte. Haben wir uns zu weit von ihm entfernt? Ist es das? Es kommt mir nur komisch vor. Sie ist doch gleich über den Hügel. Warum holen wir sie nicht einfach? Du hast es doch im Radio gehört. Möglichst wenig Kontakt zu anderen, weil es sich so ausbreiten könnte. Und Pater Jeremy hat gesagt, Lissi Graves meinte, ihnen geht's gut. Sie wollen doch das Stück aufführen. Woher weiß Pater Jeremy, was im Camp los ist? Wo wir doch alle zu Hause bleiben sollen. Sondererlaubnis für Geistliche oder sowas. Ich bin sicher, Rachel geht es gut. Sie wohnt zur Zeit doch praktisch im Feriencamp. Sie ist 16, Sam. Es wird passieren. Ich war mit 17 schon schwanger. Ja, darum mache ich mir ja Sorgen, was Rachel so treibt. Na komm, gib mir deinen anderen Koffer. Wir sind um Mitternacht noch hier, wenn wir uns nicht beeilen. Wieso ist der Wagen bloß nicht angesprungen? Da müssen wir mal jemanden nachsehen lassen. Die sind jetzt hier lang gegangen. Richtung... Richtung Village Center. Wir können auch hier den Public Footpath lang gehen. Ich hasse es, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich entscheide mich A nicht richtig und B verpasse ich, was sonst noch zu sehen war. Aber ich glaube, wenn es verstecktere Sachen gibt, dann auf diesem Weg. Weil die zwei sind ja in die andere Richtung gegangen. Das könnte ja heißen, dass das so die... Richtung ist, die man einschlagen sollte. Danke. Tja, die letzten 20 Jahre als Halbprofi, ja, ich schätze, so könnte man es nennen. Naja, wir haben hier einen Club. Eine Mischung aus Hobby-Sternguckern und herzhafteren Wissenschaftlern. Manchmal dürfen wir die Teleskope im Observatorium benutzen, aber meistens arbeiten wir nicht auf Profi-Niveau. Nein, das ist es ja. Man braucht kein Spitzenteleskop, um es zu sehen. Es sind einfach zu viele. Natürlich meine ich das Herz. Gehen Sie raus, erzählen Sie sie. Es ist der Ori und meine Güte. So schwer ist es ja nicht zu finden. Na, dann sagen Sie mir doch, wie viele Sterne der verdammte Gürtel haben sollte. Okay, mit wem hat er sich da unterhalten? Das ist die Frage. Hier ist eine Reifenschaukel, die sich noch leicht im Wind dreht. Und schon wieder gibt es Abzweigungen. Ich nehme mal diese hier. Hier sehe ich ein Haus. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt im Kreis gegangen bin. Quarantäne. Ich glaube, wenn ich jetzt hier weiter gehe, gehe ich im Kreis, oder? Weil jetzt gehe ich wieder zurück. Woher kann ich rein? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Wieder die weißen Laken an der Wäscheleine. Ein Buch. Ein Wishing Machine. Ein kleiner Verschlag. Kommt mir hier rein. Nein. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier war... Aber das ist schon eine Weile her, dass wir hier waren, oder? Hier oben waren diese Bilder von diesen... Genau. Da sind wir jetzt aber weit zurück. Aber was heißt zurück? Ach, da liegt ein Frisbee und ein Bummerhang auf dem Dach. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon. Daran erinnere ich mich. Dann sind wir also tatsächlich ein wenig im Kreis gelaufen. Das tut mir sehr leid. Aber das kann passieren in so einem doch relativ offenen Spiel. Waren wir auch hier schon? Ich glaube schon. Ich erinnere mich an diese Picknick-Decke. Dann gehen wir jetzt gleich wieder zurück. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwas zu triggern ist. Nein. The Voice of the Stars. Die Stimme der Sterne. Dieses Dorf war ziemlich versessen darauf, in die Sterne zu gucken und Sterne zu beobachten. Ich finde das ja auch mega interessant, so alles, was populärwissenschaftlich mit Universum und Sternen und Galaxien zu tun hat. Finde ich mega faszinierend, wie unwichtig und wie klein wir alle sind und für wie wichtig und unersetzlich und unglaublich gehaltvoll wir uns immer selber halten. Dabei sind wir nur irgendwie so eine Zellmasse auf einem Planeten in einem riesigen Nichts. Was ich frage, waren wir hier auch schon? Hier sind wir wieder auf der Straße. Ich glaube, hier waren wir schon. Wir müssen dann da hinten, glaube ich doch, nicht den Public Foot Path nehmen, sondern da, wo die eine Erinnerung uns lang geführt hat. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen umsonst hier lang gelaufen. Dann gehen wir durch den schönen Wald wieder zurück und gehen den Weg, den das Pärchen genommen hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Evelyn? Nee. Der Mann hatte gesagt, der Pater hätte gesagt, Evelyn hätte gesagt, es geht ihnen gut. Vielleicht wurde der Planet, also die Erde von irgendeiner außerirdischen Zivilisation gerettet vor den Menschen. Es gibt ja so einige Bilder im Internet, wo die Erde sozusagen zu einem Arzt geht und sagt, oh nein, ich habe mich mit Menschen infiziert. Diese Krankheit wird bei der Erde wahrscheinlich tödlich enden. Also es gibt keine Heilung. Ich hoffe, dies ist jetzt der richtige Weg. Village Center, dann werden wir wieder zurück im Dorfzentrum und ich hoffe, wir sehen irgendwann Frank nochmal. Wo ist das Licht? Wir müssen dieses Licht wieder finden. Sie müssen sich entscheiden, Lizzie. Besonders jetzt. Aber ich liebe ihn, Pater. Ich liebe sie beide. Er ist verheiratet. Diese Sache betrifft auch andere. Oh, ich glaube nicht, dass ich hier jemand als Moralapostel aufspielen kann, oder? Ich verstehe sie ja wegen Steven und Robert, aber ich glaube, Kate sieht das etwas anders. Wirklich? Okay, sie bumst zwar niemand anderen, wenn ich mal so sagen darf, aber sie steckt Tag und Nacht in diesem Observatorium. Steven sagt, sie sehen sich kaum noch. Das ist doch keine Ehe, oder? Hm. Das ist doch keine Ehe. Okay, hier gibt es gar nichts. Schön, dass man hier lang kann. Lizzie und Jeremy. Da hinten. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das... Ja doch, ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Ich dachte, das wäre vielleicht mal wieder unser Lichtchen. Was uns mal wieder sagt, wo wir hingehen sollen. Also ganz ohne... Führung... ...werde ich mich hier, glaube ich... ...mehr als verlaufen. Da ist ein Unendlichkeitszeichen drauf. Die kommen leider nicht hinein. Wo ist Frank? Hat Frank uns verlassen? Haben wir uns so weit von ihm entfernt, dass... ...dass wir ihn nie wieder sehen? Ich schaue mich immer um. Hier klingelt ein Telefon. Scheinbar im Auto. Ja. Die Häufigkeit der visuellen und akustischen Verzerrungen nimmt zu. Darüber hinaus zeigen sich leichte Zuckungen in der linken Körperhälfte. Das alles bestätigt die vorherige Diagnose eines intrakraniellen Bluthochdrucks, ...der als Folge eines beträchtlich großen und schnell wachsenden Tumors auftritt. Dieser geht, wie ich glaube, vom Hypothalamus aus. Die kognitiven Funktionen sind noch nicht beeinträchtigt, abgesehen von diesen lähmenden Kopfschmerzen. Die Blutungen treten immer häufiger auf und dunklere Blutklümpchen fließen vorrangig aus den Nasengängen. Ich glaube, dass ich sterbe. Das ist mit Sicherheit nicht die Grippe oder sonst etwas, das mir je begegnet ist. Und ein Tumor wächst auf keinen Fall dermaßen schnell. Die Blutklumpen enthalten kleinere Flecken von etwas, das aussieht wie, wenn ich es näher beschreiben müsste, wie flüssiges Licht. Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen. Die Musik wird schön, ob ihr ihr habt ein Proxy installiert und könnt sie hören. Ein schnell wachsender Tumor. Influenza, flu is highly contagious. Das scheint die Arztpraxis zu sein. Auch wieder blutverschmierte Tücher, Taschentücher. Die Patienten stehen schon Schlange da draußen. Schicken Sie sie bitte zum Gemeindesaal zu den anderen Barb. Doktor, die Leute sind verängstigt. Mrs. Gables rief gerade an, weil ihr Mann verschwunden ist. Sie hatte furchtbare Angst. Sie sagte, er hätte aus Ohren und Nase geblutet. Was zum Teufel soll ich denn tun? Bis die Quarantäne aufgehoben wird, können wir nirgends hin. Bitte, sagen Sie ihnen, Sie sollen viel trinken, sich warm halten und die Anweisungen im Radio befolgen. Doktor, Phil, bitte denken Sie an Ihre Patienten. Ihre Nase. Ihre Nase. Er hat auch hier den ganzen Computer schon voll geblutet. 1, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 7, 2, 5, den haben wir schon, okay. Achso, hier kann ich speichern, aber kann ich sagen, was will mir dieses Maus-Symbol sagen. Das würde ich ja gerne irgendwie mal genauer angucken oder benutzen oder irgendwas. Okay, ich hoffe, wir finden Frank nochmal wieder. Wir haben ihn jetzt eine ganze Folge lang nicht gesehen. Ich hoffe, wir sind nicht vollkommen vom Weg abgekommen. Das wird sich noch rausstellen. Ich danke euch fürs Zusehen und sage, bis zum nächsten Mal. Everybody's gone to the rapture. Macht's gut. Tschüsschen!